Sobald ihr durch seid, dann tut ihr Feuerhunderschützungen geben. Das macht mir nicht... Alles klar, wir sollten gleich nahe der nächsten Kontrollstation sein. Also sehr schlau. Dass lebendige Versuchsobjekte nicht im Lufttunnel-Netzwerk erlaubt sind, ohne dass sie elektrisch eingeschlossen sind. Das ist wieder mal eine Höchstleistung der Marien-Sicherheitsstufe. Oi. Das ist immer wieder schön. Dafür, dass sie die Power haben, so eine fette Stahltür hier zu brechen, haben die nicht die Kraft, einen mit einem Schlag über die Wuppa zu jagen. Sehr fasziniert. Ja, ja. Jetzt fahrt er rein, knallt alles ab, was so schön in den Weg läuft. Ah! Wo kam der letzte dann her? Reindauern, knallt... Ich glaube, ich bin in der Säure gerade verreckt. Ich bin in der Säure. Du hast es verletzt. Du hast es. Ja, ich sehe es. Super. Wie gesagt, Autosave gibt es in dem Sinne nicht. Super, das machen wir von vorne. Wobei, dann haben wir Autosave. Quicksafe, meine ich. War der Scheißknopf. Na komm, ich mach einfach mal. Ach ja, wie gesagt, jetzt haben wir das auch schon mal gesehen, dass das hier wunderbar funktioniert. Ich lasse jetzt mal ausnahmsweise nicht am Leben. Komm her. Weg zu springen. Ich kann nicht hin. Knallt ich ab. Ja, komm, lass mich schneller voran. Komm. Kotz mich gerade mal an, dass du jetzt wieder alles machen darf. Ja, ja. Wir machen es jetzt im Harten. Ja, ja. 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 Schön. So, die Spiegelkraft haben wieder geknnt. Ja, ich gehe ja schon. Rein hier, rein hier. Jetzt wieder runter. Und komm, Atten. Komm her, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Komm her. Ja, komm. Komm her. Cool. Da hat vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen jetzt der Typ. Oder das Vieh. Oder was auch immer es darstellt. So, und Atten. Ja, ist doch gut. Wie gut kriegen die gerade einen Herzinfarkt? Ich gucke jetzt da nochmal. Controls, Keyboard. Nee. Share. Ja, ja, ja. Äh... Holt die Blair Keys. Das ist wohl das Letzte. Ach so, Autosave. Äh, Quicksave. F6 steht's ja. Mach dich. Fad. So. Jetzt machen wir mal was ganz Lustiges. Äh, und... Granate. Aua, aua. Ja, ja, ja. Ich habe es kapiert. Ich bleibe jetzt ich stehen. Ich bleibe hier stehen. Ich bleibe hier stehen. Stippt doch einfach. Mit dir da draußen wenigstens schön alles um. Ich brauche jetzt noch eins. Warum gibst du vom letzten Stoß auf, hä? Hä? Bin ich zu fett für dich? Tolle Support seid ihr. Ihr Arschkekse. Geht doch. Geht doch. Ich dachte schon, ihr lasst mich allein. Aua. Geh auf. Wieso geht das nicht? Sonst halt... So, ich habe ja jetzt den Schnellspeicherknapp. Haha. Gucken wir, wenn wir das Lot haben. Ja doch, die würde dann... Der da, gell? Ja, könnte hinkommen. Wie komme ich jetzt da rein? Ach so, gehen. Ja, das wäre noch eine Maßnahme. Was ist das? Vom Juni 16... Vom 16. Juni bis 22. Der Tunnel-Axis-System will be closed for maintenance. Ja, super. Und dann schleich ich hier rum. All right, Harrison. Open Containment Area 2. Oh, ihr Arschkekse. Sie aktivieren die Gäse auf der anderen Seite. Der schreift wirklich viel auf dem Boden rumgelegen. Ohne Scheiß. Sind wir da? Ja! Die Smartgun! Die coolste war aber schnell hin. Weil die hat die schöne Eigenschaft, die Aliens anzuvisieren. Das heißt, ich kann jetzt schön rumrennen. Und wenn wir die Aliens anvisieren, dann einfach weg ist er. Genau, ihr macht da einfach mal. Ich finde es gut, dass ihr die jetzt alle abknallt. So, äh... Quicksave. Hello? Ja, nein. Ich sehfe einfach nur mal. Man müsste es hier aber auch runtergehen, oder? Nein, ist aber egal. So, lassen sich die Aliens schön leicht töten. Ist natürlich auch ein Problem. Das Ding ist ziemlich kostenspiegelisch, was Munition betrifft. Jetzt müsste ich aber hier oben rein können, wenn ich mich recht händere. Ja, genau. Wow. Die Wilding Torch. So. Feier frei. Feier frei. Guck, guck. So, leicht nicht. Ich kann mich sowieso, wie die es immer wieder schaffen, in abgesperrte Bereiche zu kommen. Oh, die Wilding habe ich auch noch. Stimmt ja. Ganz vergottet. Was hat hierbei? Wir haben den Zinn ja voll gut ausgerüstet. Oh, der schaut gleich angeknabbert aus. Rifle-Bullets, Smart-Gun-Bullets. Wahrscheinlich nicht Smart-Gun. Da ist der 7. Oh, ich bin wieder ein bisschen aufgeladen worden. Aber ich mache... Schieße einfach alles ab, was mir über die Flinte läuft. Oder bei die Flinte. Oder dahinter. Komm. Komm. Mehr mehr. Boah. Oh, Gott sei Dank. Wieder Rüstung. Für den Mann der Stunde. Also mich. Stirb einfach. Das ist bestimmt unten. Springt um. Scheiß Kiefer. Boah. Mistfischer, ey. Ich kriege nichts angezeigt. Ich kriege nichts angezeigt. Ich kriege nichts angezeigt. Boah, super. Durch den Luftschacht wahrscheinlich, hä? Wie unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. War das so richtig? Kann man die... War das grammatikalisch irgendwie richtig aus? Jetzt haben wir letztens viel laut gemacht. Dann wird es doch leben, Kollege. Boah. Irgendwie liegt ja alles rum. Ich habe nichts mehr. Ja, knallt sich alle ab. Nichts wie näher. Wird lustig. Ich hätte sie ja... Wie, ich immer noch. Nee. Doch, geht auf. Ich sag mal, bitte schon, bitte auf. Bitte, bitte, bitte. Shutdown-Security-System. Also, das heißt doch hier drüben lang. Naja, okay. Wenn du meinst, wenn du meinst. Der sieht gleich tot aus. Was? War der Schuss mal gut oder was? Das war doch mal eine Glanzparade an Schusstechnik, oder? Die hatten nicht den geringsten Hauereine Chance. Sie sahen die Granitrater nicht mal kommen. Und dem Moment, wo sie sie kommen sahen... Oh. Dem Moment, wo sie sie kommen sahen, sahen sie den Smiley auf ihr. Hallo? Ja, ich bitte darum. Vergesst nicht, alles abzuknallen. Hier drin vielleicht? Ha, ha. Lol. Rein zufällig ist da ein Servicetunnel, der dich in die Mäder hat. Rein zufällig ist da ein Servicetunnel. Ja, ich hab's geahnt. Ja, Rambo. Die Smartgun, wenn es schon hier unten eng wird. Kann ich mich jetzt draufhalten. Head right. Ich hab gerade einen ganzen Haufen Signale gesehen. Der Schöne an der Smartgun. Einfach draufhalten. Ich hab richtig schweinig viel Munition, die ich drauf feststellen. Aua. Wo noch? Wo noch? Wo noch? Wo noch? Wo noch? Wo noch? Ist das irgend so mehr? Darf ich den Roboter benutzen? Bitte, bitte, bitte. Aua. Nichts geht hier, ey. Scheißladen. Alles kaputt. Alles nur kaputt hier. Hust, hust. Aua. Das gibt's doch nicht. Super, wo hin jetzt? Alles kaputt ist. Wohin soll ich dann gehen? Heißt das, ich muss wieder in den Versorgungstunnel zurück? Eigentlich schon, oder? Wenn das oben ja nicht lang geht, dann müssen wir eigentlich hier lang. Hm. Ne, hier geht's auch nicht weiter. Hä? Hä? Jetzt ist das Fragwort mit zwei Buchstaben. Und den Barren. Achso, ja. Ich entsinne mich. Feuer frei. Dann kommt doch hier wieder Arschfühlgegner bestimmt. Werden wir gegen die Weiß? Runter damit. Los, du Sicherheits... äh... Ausrüstungsding. Runter mit den Hosen. Was ist passiert, Major? Mother says the Weyland-Yutani schematics lack pertinent data, which means... put it this way, if there are survivors at the pods, their situation just got a whole lot of course. Wie nett, ein Aufzug. Das ist ein Zebrot-Snape. Wir sind bereit, wenn es notwendig ist. Du bist zu late. Wir reparieren, was kann sich reparieren. Sechs meiner Männer sterben heute. Entschuldigung zu hören. Aber die Situation ist enthalten? Wir sind noch die Situation. Die Pods sind intact, aber wir haben Teams in der Feld für Biologische und Archeologische Forschung. Auch nach dem, was zu den POC passiert? Diese Facilität ist selbst enthalten. Mit Sicherheit gut funktionieren, wir sind perfekt sicher. Außerdem haben wir die Tunnel mit Schmerzen geschlossen. Wir können sie in der Abenteilung reinstellen, in der Fall von Schmerzen zu verabschieden. Drei Teams haben noch nicht gepostet. Sie haben vielleicht mehr als wir wissen. Wir machen was, was wir können, um sie rauszukommen. Aber wir müssen in die Inhalte gehen. Ich möchte unsere Kommunikation mit dem POC reestablishen. Ich glaube, die Landline wurde verabschiedet, als die Facilität wurde überrun. Wir haben eine Beöster-Transmitter in den Tunnel. Mit Ihren Willen, meine Soldaten können Ihre Software verabschieden, um unsere Transmitter zu verabschieden. Wenn Sie uns ein Terminal anbieten können, Harrison hier kann das Arbeit machen. Technischen Stylen, bitte, das Herr an das Kontrolldeck. Ein System in irgendeinem Weise notwendig. Genau. Tut mich auf jede denkliche Weise zu unterstützen. Da brauche ich ein paar heiße Bräute dabei sind. Verstehen wir uns. Wieso sind Menschen generell so korrupt? So. Aber bevor wir jetzt weitermachen, tue ich kurz den Speichern. Save, yo. Und dann machen wir eine kurze Pause. Und von der Folge, glaube ich her, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Schmerz. Tschüss entender, Tschüss. cordsk